Das Wiesenlächeln 2019 wird präsentiert von Dr.Smile, Deutschlands Experten für gerade Zähne. Sie hat so nett gelächelt, was bringt Sie heute? Wir haben so nett gelächelt. Was bringt Sie heute zum Lachen? Das kann ich nicht verraten. Die Gesellschaft, unsere Gesellschaft, der schöne Tag, die Liebe untereinander. Ich will jetzt trotzdem wissen, wieso Sie gelacht haben. Da scheint ja irgendwas dahinter zu sein. Das kann ich nicht verraten. Sind Sie verliebt? Mir leid. Bin ich verliebt? Ich bin noch verliebt, ja. Ich bin noch verliebt. Ist er da? Er ist da, aber er ist mir gerade abhandengekommen. Ist der Ersatz? Ist der Ersatz? Was machen Sie heute noch? Wir fahren jetzt leider wieder nach Hause. Wo kann man das sehen? Das war es schon. Ja, wir sind heute Morgen um 6 Uhr losgefahren aus dem Saarland. Und um halb zwölf waren wir hier. Jetzt muss ich meine Frau noch suchen. Jetzt müssen wir leider wieder hinfahren. Ihr Frau hat gerade gesagt, sie ist total verliebt und deswegen hat sie so gelacht. Sie ist so verliebt? Ich glaube, in Sie. In die München Oktober, hier in die Oktoberwiesen hier einfach. Das ist einfach super gut. Lassen Sie es so stehen. Lassen Sie es so stehen. Aber... Oh yeah. Können Sie noch einmal so herzhaft in die Kamera lachen, weil Sie so nett aussehen. Herr jumped. Das war ein in der Manage Kristina. Die Manage D Cloud. Na aus dem Ka section. Der kam jetzt hierhin. Ich Dimitri ist schön da sein da. Jay, zwei, drei, zwei, zwei. Be duration wie eben Teuf und ihr Beispiel immer Tag davon, Das war's moment. Okay. ieben wir 아니야? Vielen Dank.